So, jetzt bin ich wieder zurück. Ich weiß nicht, habe ich das mit Break beendet? Ich glaube schon, das waren ja nur drei Folgen. Äh, ja, ich bin wieder zurück. Und es gibt eine neue Version von, ähm... Wochen? What? Von der Definitive Edition. Sie haben wahrscheinlich meine Videos gesehen und haben die Sachen gepatcht. Nur noch 13, müsst ihr mich verarschen. Immer noch 8. Ihr wollt meine Videos nicht gesehen. Ach, es gibt erst mehr. Ah, vollständig. Immerhin. Keine 80 mehr. Haben sie auch eingepasst, wenigstens. Mehrhin. Eigenbuchseite. Freudejäger gewesen zu sein. Silber. Wie wird riesig das Zeug eigentlich immer? Wir sind ja nicht in Fable. Wie wird es jetzt eigentlich bei den Waffen was zu Ende hat, eigentlich? Flutfliegenstärker. Ich glaube da, oder? Genötige Stärke 24. Oberstädte. Uwe Network macht mehr Schaden jetzt. Unten da. Neun, Stärke. Interessant Ähm Also wichtig ist Ist Milton jetzt endlich da Ist die Milltonne hier irgendwo zu sehen Das ist die Frage Ist Wo ist Milton Das muss ich mich noch zu ihm hincheaten Und das ist das letzte Okay gut so ein Go to Geht echt easy Aber Ist halt der letzte Ausweg Wenn ich ihn wirklich nicht finde Also wenn er hier nirgendwo rumsteht Dann Wie gesagt entweder haben sie ihn umpositioniert Oder Er ist irgendwo anders Bei Diego stand ja auch Auf einmal da Das war so die Sache Sonst steht er da hinten in seinem Eck Ist das da oben Steht da oben jemand Oder ist das nur ein Stein Ist ein Pilz Kein Milton Holy shit Will der Junge mich eigentlich verarschen Dann muss ich Milton auslassen Marvin Jetzt häng ich wieder fest F2 Go to Milton Unknown was Unknown comment go to Go to No Unknown comment Komisch Aber vielleicht muss ich da noch was anderes eingeben Ich habe halt keine Ahnung mehr Ich habe ewig lang die Konsole nicht mehr benutzt Vielleicht muss ich insert Oder Jo Not found Okay Ja gut Fan ist heute nicht da Da liegt noch was flamandorn und waldbär auf einmal auf einen haufen haben die ich jetzt die rune klein muss immer noch zwei magische kreisstufen haben das ding zu benutzen es triggert mich immer noch ich hab bald nichts mehr zum trinken jedes mal wenn ich zähne putze wird mein mund immer so trocken dann krieg ich immer dorst es ist nicht so wie es sein sollte fucking zahnpasta ich könnte mir auch noch aus dem anderen zeug gönnen was ich habe ich glaube in mittlerweile habe ich es echt übertrieben holy shit oder habe ich 36 dosen gekauft 16 dosen spezi energy acht mal die booster cola aber auch nur weil die 28 cent pro dose gekostet hat war nicht komisch die ging von 50 cent oder so auf 28 runter kann aber sein dass ich bei uns im plan einfach nicht gelistet ist und dementsprechend weil es mal aktion war haben die den haben die das um die hälfte reduziert damit das abverkaufen kann mir vorstellen bedeutet ja nicht aus der branche kommen sagt es halt nichts weil naja ich könnte euch da mal ein paar wertvolle tipps geben ich könnte ein eigenes video dazu machen sogar mit die leute dieses nicht wissen und weil mittlerweile haben sich da ein paar dinge geändert bin ich eigentlich schade aber auch mit die kiste grün fällt ein schatten läufels die tür ist rot nicht nicht auf und am ende haben sie ja natürlich natürlich nerven sie das auch noch wollen die hunde mich eigentlich verarschen und zwar ohne witz ich weiß ja nicht wer die mod eigentlich macht ja aber wollt ihr mich eigentlich gänzlich verarschen es war no joke ohne witz ich kann mich dort aufregen wie ich will ich glaube es wird nicht besser für ich habe ich gesagt zeig mir deine pfeile wolfsfetzer ich mag die musik die sehr beruhigend ich fand auch die mag und die minental musik aus dem zweiten teil auch cool gibt es auch coole remixes mittlerweile auch der tut ist immer noch da ganz ruhig ich habe keine ahnung was der macht was der für den sinn hat da ist mein schatten dann gehe ich jetzt zu einem anderen ort hin wo ist der fork was dipt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.